Willkommen zu Mega Man X 2 und zurück zu Folge 2. Alter, komm, diese Flackern stört keinen. So, ich hab überlegt, Leute, der Alligator sieht am coolsten aus. Wenn das halt Alligator, ne, okay, Dinosaur, wenn das ein Wasservieh ist, können wir dann nachher gleich den hier machen. Volcanic Zone, Flamestag. Toll, wie die Schrift richtig mit dem Hintergrund verschmilzt, ne. In dieser alten Games. Alter, ist das hier ein Käfer? Crystal Snail, mitzene Schnecke. Okay, von der Schnecke weg ist eigentlich ja nicht so wirklich Angst. Aber okay, gut, ich, äh, ich... Das sieht aus wie ne Uhr. Aber das ist hier Bubble... Das ist ne Krabbe? Was ist das hier, ne Pflanze? Das ist ein Schwamm. Okay, das ist so ein Dschungel-Level anscheinend auf dem Bild. Äh, ich mach den Alligator. Der sieht am coolsten aus. Ein Real Gator. Let's go. Alter, wie cool der aussieht. Der ist, oh, der ist bestimmt auch richtig groß. Und ich bin noch... Ach, ich hab ja keine Ahnung, wo die Kapsel ist mit meiner neuen Rüstung oder so, dass ich halt wieder nur halbe Schaden kriege. Ach du Scheiße, das ist jetzt... Nein! Oh, der zerstört, alles kaputt. Wo bin ich hier? Bum, bum, bum. Ding, 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 ding. Äh. Okay, warte, ich geh erstmal nach oben, ne. Erstmal gucken, ob ich... Aua. Okay, oh, ich komm da gar nicht hoch. Aua, was ist denn hier, ey? Wird mal wieder neue Fused hier? Warte, ich muss da aber hochkommen. Hä? Oh, da komm ich gar nicht hoch. Äh, mach da keinen Walljump. Okay, der nicht. Der nicht. Alter, geil, die Saurier-Roboter. Hat das gerade so ein Triceratops. Ja, Triceratops-Bot. Der geht auch wieder so Leitern runter. Hä, sind die Level alle gleich aufgebaut jetzt? Das ist ja genauso wie die Oswich-Stage. Oh, was ist denn da oben, Leute? Was ist da oben? Da geht's irgendwo hin? Moment. Da geht's irgendwo hin. Hoppala. Ja, toll. Da wäre die Anscheinend erstmal wie... Ja, ups, jetzt. Oder sag mir nicht, wie das wäre im Dash. Äh. Boah. Okay, ich krieg's ganz am Hitmen mit dem Dash, aber... Warte mal, soll das echt so sein? Boah, eins knapp. Aua, der schießt ja die Saugen. Warte mal, lass mal ein bisschen versuchen hier. Leute, lass mal ein bisschen versuchen, schwebben. Wie ihr wisst, im ersten Teil war das auch da. Das hat auch so aus, von wegen... Nee, das soll man nicht schaffen, weil man ganz knapp das nicht erreicht. Und dann musste man das doch so machen. Lass mich raten. Hier sind jetzt alle auch anders rum. Nee, das soll man wirklich anders machen. Boah, das sieht doch aus wie nichts voll schaffen. Das sieht fast so aus, als könnte man das schaffen. Muss man vielleicht bloß richtig ausrasten. Okay, es ist aber sehr am Anfang der Stage. Ja, sind lasse ich's vielleicht, oder? Äh, boom. Aua, wann immer der Typ hier. Es ist ja am Anfang der Stage, wenn ich das irgendwie doch hier was verpassen sollte, denn... Ja, komm, das wird nischt. Kann ich's mir erst gleich nachholen? Oh nein. Was denn jetzt? Alles klar. Mir wird's hier schön beigebracht. Gut. Alles klar. Boah, da hat er uns ein Schild an. Boah, wir sind grad diesmal die Schilder kaputt hauen. Ohne, dass die Angst haben... Oh, was sind die Hüpps? Nein. Ich wollte da oben ran. Das ist doch Energy. Krass, wo bin ich hier? Jetzt sieht ja alles so cool aus. Oh, komm mit der auch nicht ran? Na, komm schon Megaman. Du kommst doch da ran, oder nicht? Oh. Okay, hat aber jetzt nicht so viel gebracht, außer hier. Der wird halt hier rumshaken. Der wird richtig Alarm hier. Oh yeah, die Robotmasters sind zurück. Boah. Alter, was zur Hölle? Alter, was, der kann fliegen? Ey, der kann jetzt fliegen. Oh, ich muss aber aufpassen, wenn ich hier so irgendwie auflade, wenn ich hier drückt halte und nimm irgendein... Ne, oh, ah... Okay, Alter, die Dinger, wir sind ja richtig modernisiert worden, die Teile. Boom. So. Oh, jetzt noch ein Wort. Das ist die gute Weise, Leute. Äh, ne... Ne, 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 ne... Boah, häufig gerammt. Alter, wutz. Na, komm her. Huh, warte, 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 warte. Flacker, ey. Ups. Eins muss ich ja sagen, Leute, kann ich mal kurz erzählen, hier wegen dem ganzen Rumieflacker, wenn die getroffen werden oder Gegner zerstört werden. Also ein bisschen ist es ja cool, dass ich solche alten Games, äh, jetzt erst ganz, ganz viele Jahre später spiele, während andere natürlich schon sofort gleich am Anfang gezockt haben. Äh, warum? Weil jetzt die Aufnahmemöglichkeiten wesentlich besser sind und man diese ganzen Flackerdinger hier auch wirklich sehen kann. Weil früher war das immer so, wenn irgendwie so etwas geflackert hat... Man wusste ja damals nicht, was man hier machen soll mit den Aufnahmen. Ne, äh, steig aus. Nein, steig aus. Damals war es mitunter so, dass er dann so sehr... Ah, Energie! Da hat er dann irgendwie so geflackert, dass, äh, dass man mitunter einfach die Figur gar nicht mehr gesehen hat. Weil das ist ja auch so eine ganz komische Technik, wie man damals das gemacht hat, dass etwas so scheinbar durchsichtig ist. Das ist ja einfach bloß eine ganz schnelle Abfolge von Bild ist da, Bild ist nicht da. Warte mal, sollte ich den hier mitnehmen zu der Energie? Da kann ich auf jeden Fall nicht hinjumpen. Ne. Man ist schon in beiden Welten die Herzleiste gefunden, aber keine Ahnung, was der mitmachen soll. So, was ist das jetzt hier? Stacheln überall... Wow, wow, wow. Ey, nicht so fies. Ist das Ding schon an? Ja, okay. Einfach ballern. Einfach ballern. Oh, haust du ab, Mann. Kann jemand cheaten? Willst du mal runtergucken? Ja, oh. Oh, das sieht ja wirklich so aus, als wäre hier irgendwas. Naja, wohl, nee, da ist der Tod. Ich bin in der Luft, ey. Inzwischen ist es anscheinend schon nacht geworden. Oh, voll zerstört, Mann. Jetzt einfach nochmal hoch, okay. Halt, was ist hier? Was ist denn da? Okay, es wäre natürlich noch weiter nach oben her. Ach, Mann, Mist. Der Prostik da jetzt nicht. Jetzt wird man meine erste neue Waffe auch schon mal ausprobieren, oder? Okay, jetzt hätte mich zu einem Leben gebracht. Na gut. Brauche ich überhaupt ein Leben, Leute? Was sieht es überhaupt aus? Ich bin doch hier schon... Okay, ich habe wieder zwei. Nups. Der Gliffe scheint jetzt ein bisschen länger zu sein. Kann das sein? Boah, den muss ich mir hier aufgeladen treffen, ey. Sonst ist der nicht kaputt. Oh, Alter. So. Oh, ja. Ihr lebt immer noch ein bisschen Energie hier. Das ist sehr nett. Oh, nein. Nicht doch, ihr Mann. Nicht, ihr. Nein, ich habe nicht. Hau ab. Nee, denn sollen doch lieber die hier Energie mir geben. Wenn hier von irgendwo Vögelein runterkommen... Oh, frisch. Oh, frisch. Er hat richtig abgeschossen. Lebt mal Energie her. Wollen sie nicht. Na gut, denn nicht. Die Muck geht auch schon wieder richtig ab in dem Game, oder? Was ist denn jetzt hier los? Okay, und was eingesammelt? Bin ich hier richtig? So. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin da? Nee, was zum... Was ist das denn? Hier ist ein Raum zu. Ah, okay. Ich glaube, das hat irgendwas... Ah, das hat, glaube ich, irgendwas mit später noch zu tun. Wo ich ja schon meinte, oder? Ich habe mich ja informiert, ein Stück weit, ne? Musste ich. Ich hatte keine Wahl, Mann. Wow. Was haben wir hier? Du, ah! Äh. Okay, noch mal ein bisschen Heilung. Düden, 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 düdü. Ist das hier der richtige Weg? Dann geht nochmals kurz hier lang. Oder was ist denn jetzt hier? Welcher Weg hier? Bum, 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 bum. Ich hoffe, ich gehe ja, wenn denn durch irgendeine Tür durch... Okay, jetzt einfach dicht. Okay, na denn nicht. Düden, 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 bum, 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 bum. Nein, hier können wir mich nochmal schön vollheilen. Ist doch cool. So, na denn, äh. Geht's ab jetzt mal. Boah, was ist das denn? Ach du Scheiße, weil du denn so einen großen, fetten Wächter da hier hast. Ist jetzt die Tür offen? Ja, okay. Alter, wie geil. Na gut, ich werde jetzt erstmal ein bisschen sterben. Deswegen kann ich ja mal meinen netzigen Energieverlust noch versuchen, rauszufinden, ob der Energieslicer da ist. Kann ich eigentlich schon Uffladen? Nee. Hui, oh cool, die prallen jetzt so hier ab. Das ist geil. Oh mein Gott, Blut! Alter, voll groß. Wann, wer ist das denn? Äh. Och nö, der ist hier im Wasser? Och nö. Aua. Hä, wo ist er? Super. Was ist das denn? Jetzt kommt es einfach, hallo. Sofort gekillt. Das Level ist jetzt, also kommt es mir nur so vor, dass das Level jetzt echt länger. Was mache ich denn deswegen? Den, 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 den. Also, der taucht jetzt hier ab. Soll ich einfach mal im Wasser rumspringen, weil... Ja, okay, die Dinger fahren an der Wand lang und fallen dann runter. Okay. 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 Okay, das ist aber jetzt nicht sehr nett, ey. Ich weiß halt nicht, wann der da so eine Dinger hier macht. Oder muss ich aber anscheinend auch immer... Aua, richtig schnell wieder an Land. Ja, ah. Boah, ist der fies, ey. Gumm, 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 gumm. Nein, wie gemein. Okay, ist natürlich richtig fies, ey. Ich weiß halt nicht... Oh, es ist voll unfair. Da kann einfach Wendip überall auftauchen, so eine Kettensäge einfach. Also, wenn ich an der Wand hängen bleibe, kann ich den Dingern zwar besser ausweichen, die Kettensäge, aber wenn der dann einfach hochgejumpt kommt, ja, dann versuche ich jetzt einfach auf gut Glück mal ein bisschen links, rechts, links, rechts oder so. Aber wenn ich halt Pech habe, dann erwischt mich halt so eine Kreissäge. Boah, er ist ein Hit. Hapsen, die, die, du helfe. Vielleicht ist auch diese Schwingung, ist ja vielleicht auch so der Hinweis oder so, dass er gleich kommt. So, rüber, schnell, du. Oh, wenn der Wasser... Okay, wenn der Wasser still ist, Alter, du olle Sau. So, ich bannere ihn einfach win. Alter, boah. Ja, wenn er sowas macht, ist das eigentlich ganz cool. Ey, geil, das kann ich ja erst machen. Er ist ein Trottel. Okay, er hat noch einen Ass im Ärmel. So, wenn er... Okay, wenn die Wellen hochschlagen, dann kommt so ein Teil hier. Aua, was denn jetzt? Kommt einfach nur eine zweite... Nein! Ich glaube, der kann doch gar nicht so hoch springen. Also, wenn er ganz oben bleiben würde, dann würde ich das gar nicht machen. Okay, gut zu wissen. Oh, genau, ringesprungen. Er hätte auch sein können, dass er gerade ausschießt, ne? Alter, was ist denn er wieder für ein Mistkerl, Leute. Er ist einfach der Mistkerl schlechthin. Aber okay, das glaube ich mal gerne nochmal. Er hat auch keine irgendwelchen Nenzen. Er hat eine Updates, ey. Mann, das ist echt übel. Aber den müssen ich aber hinkriegen. Wenn ich Glück habe und der ganz doof steht, dann kann ich ihn einfach abballern und seine Kreislinge erwischen mich auch, ne? Und ich glaube, mit dem Tauri Koffer, das sah jetzt nicht nur so aus. Eventuell würde ich, wenn ich ganz oben bin, kann er mich nicht erwischen. So hoch kann er vielleicht nicht springen mit seinen... mit seinen Massen, ne? Ja, One Updates, ist kein Gut gebrauchen. So, okay, jetzt schnell an den komischen Viechern hier vorbei. Aua. So, ne? Alles, was ich jetzt so sehe und mir merke, also hier oben ist ja so ein komischer Geheimgang irgendwo und wir haben ein Herz. Aber da kann ich natürlich alles noch nicht holen, ey. Das ist so ärgerlich. Oder komme ich da oben ruf? Ich weiß es doch nicht. Dann wäre es wirklich wieder so von wegen, ja, da kannst du so hoch. Aber das ist natürlich extrem schwer, nur für die Ultra-Harten. So wie ja kein Bock, ey, da. So, die krasse Maschine hier, ey. Aua. So, die Energie will ich nicht. So, die Musik auch nicht lang. Schon festgestellt, ist ja kompletter Schmutz. Obwohl, das ist Energie. Aber der Energie, die bräuchte doch. Sorry, doch nicht Schmutz. Jetzt erst recht nicht. Ich höre Schmutz hier. So, warte, warte. Let's shredden. Komm schon, Mega Man. Du musst euch jetzt chargen, Alter. Mega Man. Daschen. So, okay. Jetzt kann ich wieder richtig schön hier ausrasten. So. Boom. Kaputt gemacht, Mann. Kann ich den nicht einfach mitnehmen zum Boss? So, und Tschüss. Was? Dafür, wo du dich schubst. Ich weiß, dass ich auch in der Luft einfach angreifen kann, ey. So. Okay, raus hier. Raus hier. Mega Man. Nein, raus. Mega Man. Nein, jetzt nicht. Wenn jetzt einer kommt. Mit dem. Ach, Mann. Ich drücke auch so nicht immer Gas. Okay, schnell weg. So. Na, komm hier hoch, Mann. Dann nütze ich deinen Teil hier und hol mir den Herz in der Energie hier. Ach, die, 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 die. Mm, mm, mm. Mit Stress der da macht, ey. So, hier war jetzt aufpassen. Schluss, ich bin den Kopf und bin Instant Kill. Boom. Didi, du, du, du. Hups. So. Ladern dem. Einfach. Badern. Didi, du, 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 du. Oh, mach dich. So. Puff. So, hier geht's hier einfach nach oben und hol mir das Leben. Was ich ja machen kann, ne. Didi, du, 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 du. Hätte ich schon viele Leben, hätte ich denn. Oh, weia. Aber jetzt sind wir natürlich jetzt irgendwie die Stacheln. Okay, ich hab's. Äh. So, warte mal, jetzt komm ich jetzt hier hin? Nee. Hä? Äh. Was ist das für eine komische Tür? Da wäre der andere, glaube ich, der andere Ausgang gewesen, war? Kann ich hier irgendwie ein bisschen, kann ich hier jetzt irgendwie cheat'n? Ach, du meine. Gut, okay, ich glaube, ich aktiviere einfach das Ding nochmal. Mal. Wenn ich einmal runterspringe, bist dann gleich komplett futsch. Das wäre ganz viele Leben, Leute. Jetzt kann ich richtig ausrasten. Und den Typen immer wieder probieren. Vielleicht doch mal mit denen, mit meiner Slicer-Waffe oder so. Warum geht die Mucke so ab? Warum ist der eigentlich alles so am Shaken? Ist doch schon alles hier kaputt, oder nicht? Der macht ja hier bloß wieder das unvermeidliche heraufbeschwören. Das soll man nicht so tun. Als ob hier nur irgendwer nach ihm kräht, irgendein Hahn. Aua! Oh, Energy! Oh, fast runtergefallen. Das ist schon der weiter Ausgang, ja. Das ist tatsächlich ein Geheimraum. Der wird... Falls ich jetzt den zweiten Boss platt mache, wird der wichtig. So, noch ein bisschen hier full heal. Oh, noch ein Leben, Alter! Geil, aua! So, noch full heal. Okay. So, wie viel dem hab ich denn jetzt? Alter, fünf Stück. Nein, der will ja wohl schaffen jetzt, oder? Da ist ja jetzt so eine komische Feeder und ist ja doch richtig kacke jetzt. Warte, ne, wick mir mal... Ich bin mal die Energie da auf, ne? So. Jetzt hat noch schnell die Energie da holen. Nein, ist er wieder da, oder? Ist er jetzt wieder da? Ist das auch wieder so ein Boss, der respawnt? Na, natürlich. Aber hat natürlich ein sehr einfaches Padden, ne? Alles, was ich sonst hier macht, ey. Mann! Na gut. Cool, gut. Oh, danke. Das ist aber nett. Ich tue mein bestes, Leute. Ich tue mein bestes, du, du, du. Aber ist auch wieder ANG, Leute. Ich muss Glück haben. So, vielleicht finde ich jetzt erstmal raus... Kann der mich ganz oben erwischen? Vielleicht klappt der ja wirklich nicht. Ja, du, du, der sieht richtig geil aus. Der Typ, du, 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 du. Vielleicht darf ich auch nicht zu lange im Wasser bleiben. So, jetzt kommt erstmal hier hinaus. So ein Ding, hau ich ab. So, ernst, schnell hier hoch, 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 hoch. Mal gucken. Mal gucken. Hier, lass aber drauf ankommen. Okay, erst klar, erwischt mich wirklich nicht. So, und wieder hoch. Ja, jetzt habe ich natürlich schon richtig gut dabei, ne, aber... Okay, die Dinger, die Dinger hopfen ja... Eigentlich hüpfen die Dinger richtig lustig. Ja, will ich jetzt nicht schaffen, aber... Gut zu wenden. So, komm doch, komm doch, komm doch. Alter, was? Wieso hat der jetzt so geblinkt? Ich habe ihn ja nicht... Ich check gar nichts mehr. Nun gut, oder? Okay. Jetzt bin ich ja ein bisschen besser gewebnet, Leute. Jetzt bin ich full energy, Leute. Komm her, Mr. Kroko. Jetzt gibt's... Hoppa, hoppa, dann... Oh, shit. So, ja, an sich halt wirklich... Wow. Richtig schnell. Yeah, hoppala. So, boing. Boing. Ja, schon rüber. Okay, sehr cool. Dann kommt das nächste Ding. Wow, wow, wow. So, ich weiß wieder aus. Ich bin so cool. Ich bin einfach so cool, Leute. Ich glaube, wir haben ihn, Leute. Ich glaube, ich habe ihn richtig verarscht. So, der soll mal hier... Genau, machen wir die Dinga. Boing, boing. Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich richtig geil. Machen wir nochmal. Jawohl. Boing, boing. Ey, das ist doch nicht cool. Oh, das ist nicht so geil. So, seine Schüsse. Okay, Alter, boing. Boing, kiemen. Aua. Okay, muss ich ganz in der Ecke stehen. Komm, nee, diesmal kriege ich ihn. Oh, wo schn... Die, die... Komm schon, du Saugen. Alter. Oh, oh. Yeah. Da geht er down. Richtig krass, den GroKo-Platte macht. Ich frage mich nur, warum der in so einer fetten Blutlache geschwommen ist. Oder ist das Öl, Leute? Man weiß es nicht, ne? In meiner Vorstellung ist es Blut. Seiner Feinde. Oh, den Spinwheel. Geil. Das sieht schick aus. Und jetzt, Leute, kommt der große Mist. Ich sehe schon. Ich verstehe jetzt, warum Sigma gegen Mega-Malix keine Chance hatte und letztendlich ihm erlegen war. Er ist ziemlich gut, dieser X. Surge ist er da. Ich weiß nicht, ob unsere Mavericks gegen ihn lange genug aushalten werden. Haben du überhaupt eine Chance? Er hat schon zwei platt gemacht in zwei Parts. Wir müssen wohl einschreiten. Oh, nein. Und das ist jetzt die Sache, Leute. Alter, Dr. Kane. Mega-Malix. Nein, nein. Ich sagte halt. Dr. Kane. Was passiert denn jetzt schon wieder? Was ist denn hier los, Mann? Oh, Mann. Eine Gruppe von Mavericks, die sich selber die X-Hunter nennen. Ja, was haben sie denn gemacht? Die haben uns gerade eben kontaktiert. What? Na, na, grüße. Wir haben alle von Zivos teilen. Alter, Zivo! Und zum ersten Mal wird Zivo erwähnt und er ist anscheinend komplett explodiert. Das haben wir ja gesehen. Aber seine Teile wurden von den X-Hunters aufgesammelt. Ja, die können dir gehören, wenn du uns besiegen kannst. Boah, das ist ja cool. Na, was heißt das? Wir freuen uns schon auf ein Treffen mit dir, X. X, haust du rein. X, Zivos Kontrollchip, der ist immer noch hier gespeichert. Also, den haben wir. Ah, haben sie auch gemeint, dass wir Probleme mit dem Kontrollchip haben, mit ihrem eigenen? Wir haben Zivos eigenen Kontrollchip, haben wir noch hier. Alles klar, okay. Und wenn wir seine Teile finden, ho, dann können wir irgendwo wieder zusammenbauen. Ich zweifle, dass es möglich ist, ihn halt ohne diesen Chip wieder herzustellen. Aber warum wollen die trotzdem die Teile haben? Was ist denn los? Dr. Kane. Ich muss Ziros Teile zurückbekommen, Mann. Er ist doch mein bester, bester Freund. Egal, was es kostet. Ich schnapp den mir. Leute, habt ihr gehört? Egal, was es kostet. Leute, egal, was es kostet. Und deswegen habe ich mich über diesen Part genauestens informiert. Ich höre eigentlich nur auf Megaman X. Egal, was es kostet. Wenn man auch nachgucken muss. Und seht mal. Alter, Leute. Jetzt sind auf der Map. Erkleidet euch jetzt oder erst im nächsten Part. Leute, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall sind jetzt. Ich glaube, ich erkläre es im nächsten Part. Im nächsten Part, Leute, wird es erklärt, was es mit dem Point of No Return auf sich hat. Der leider jetzt kommt. Bis dann, Leute. Danke fürs Einschalten. Ciao.